Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen aus unserem Studio Karlsruhe. Nun schon seit Monaten sind die westlichen Massenmedien dabei, Russland samt der Ostukraine als die Bösen zu brandmarken und einen Kriegseintritt der NATO und des Westens geradezu heraufzubeschwören. Was die Massenmedien unter dem Deckmantel von öffentlich-rechtlichen Anstalten treiben, wird ansonsten Kriegspropaganda genannt. Gemäß dem von 168 Staaten ratifizierten internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, in der Schweiz auch UNO-Pakt II genannt, ist jede Kriegspropaganda völkerrechtlich verboten, wie zum Beispiel das Eintreten für nationalen, rassistischen oder religiösen Hass, welcher zur Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt aufstachelt. Nichtsdestotrotz geht die tägliche Aufdeckung der Kriegspropaganda durch die Massenmedien und deren Lügen weiter, wie folgendes Beispiel der weltweit größten internationalen Nachrichtenagentur Reuters mit Hauptsitz in London zeigt. Heute vor zwei Wochen, am 23. Juli 2014, veröffentlichte Reuters ein Interview mit Alexander Chodakowski, dem Kommandeur des Volkswehrbataillons Vostok der Südostukraine. Reuters schreibt, ich zitiere, Alexander Chodakowski gab zu, dass zum Zeitpunkt der Katastrophe des malaysischen Boeing-Abschusses die Freiheitskämpfer der Südostukraine das Bug-Luftabwehr-Raketensystem besaßen. Chodakowski hingegen widerlegt diese Information von Reuters mit den Worten, Das ist nun wieder eine erlogene Sensation. Es ist den Medienschaffenden nämlich klar geworden, dass weder Russland noch die freie Volkswehr irgendeinen Bezug zu dieser Tragödie haben kann. Deshalb musste jemand die Situation etwas sprengen. Zum Glück haben wir vor dem Interview eine Vorsorgemaßnahme getroffen. Wir machten nämlich eigene Videoaufnahmen unseres ganzen Gesprächs. Diese sind die Beweise dafür, dass es im Gespräch mit mir keine konkreten Informationen über das Bug-System bei der Freien Volkswehr gab. Wir können diese Beweise vorlegen und alle Zwecklügen widerlegen, die nach diesem Interview, in dem ich die Ereignisse kommentiert habe, fabriziert worden sind. Das ausführliche, ca. 6-minütige Interview mit Chodakowski können Sie in dem im Anschluss an diese Sendung eingeblendeten Link selbst ansehen. Wie für Kriegspropaganda üblich, teilte Reuters nach dem Einspruch Chodakowski mit, dass die Agentur weiterhin auf ihre Version bestehe. Meine Damen und Herren, wie lange noch dürfen die Dauerlügen unserer Nachrichtenagenturen und öffentlich-rechtlichen Massenmedien weitergehen, die ganz Europa in den Krieg treiben könnten? Helfen Sie mit, bei dieser Kriegspropaganda Einhalt zu gebieten, indem Sie unsere Sendung weiterempfehlen, denn die Öffentlichkeit hat ein Recht auf Frieden und konsequent korrekte Gegenstimmen. Einen schönen Abend noch, bis morgen um dieselbe Zeit. Und wenn alle anderen die von der Partei verbreiteten Lüge glaubten, wenn alle Aufzeichnungen gleich lauteten, dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit. George Orwell, 1984 Das ist eine weitere Sensation, die wir versucht haben, dass die Informationen aus dem Regen aus dem Regen aus der Umgebung des Zollesforskischen Formen. Die Situation mit der Umgebung war beobacht. Es hat sich in die Formen vorbegrügt, die wir in die Formen haben. Die Kommission von der Umgebung sind zu verbreiten. Es ist klar, dass es nicht die Russen, die die Aufzeichnung Er hat sich mit dieser Tragödie nicht zu haben, also muss sich die Situation etwas zerbauen. Vielleicht gibt es auch die Menschen, die jemanden, der versucht, aus mir informativen, weil wir darüber gesprochen haben, dass wir über verschiedene Fragen und die Situation haben, die in der Süd-Vostokien haben. Aber er hat sich auf die Tragödie mit Boeing zurückgeführt, auf die Fakten von Kruppi, was auch möglich sein kann, was auch der Fall war, was der Fall war. Und alle Fragen, die er mit verschiedenen Gründen verschlägen war, haben wir nicht informiert, dass wir nicht informiert haben. Wir haben uns in die Frage gestellt, dass wir nicht informiert haben. Wir haben uns auf die Videokamera gemacht, so dass er in der Gespräche mit ihm nicht bekommen hat, dass er keine konkreten Informationen hat. Wir können uns überprüfen und überprüfen und überprüfen, Das ist die Frage, die in diesem Interview, die ich dargestellt habe, kommentiert habe, über die происходящие события. Das ist alles einfach einfach. Die Interessen und die Interessen sind in dieser Situation. Wir haben, dass wir in der Zwischenzeit, dass wir in der Zwischenzeit, dass wir in der Zwischenzeit nicht mehr haben, und wir wissen nur über irgendwelche средства, nur über die wir mit ihnen verbunden sind. Aber wir wissen, dass Buk nicht nur Buk war, sondern auch er wurde dann auf die Telle der Russen, um zu schreien. Wir haben uns in der Übersetzung von der Übersetzung Wir diskutieren verschiedene Versionen, Wir haben nicht in den Ausgaben, weil wir keine Ahnung haben, weil wir nicht in den Räumen sitzen haben. Wir haben nicht in den Räumen gesucht, weil wir nicht in der Räumen haben. Wir haben keine Ahnung, dass wir nicht gesehen haben, wir haben keine Ahnung, wie es auf der Telefonnummer. Wir haben auch eine Ahnung, dass wir die Info-Programm diskutieren. Und sie diskutiert nur diese версienste. Das ist eigentlich nicht möglich, weil wir haben, dass wir, zufrieden, die wir in Marien haben, in Marien, mit den Tanken befinden können, wo der Buk befinden muss, wo der Buk befinden muss, wo der Buk befinden muss. Wir können nur darüber sprechen, dass es eine версie und ein предположение ist. Aber, weil die Ukraine selbst wusste, dass sie es im Weltkrieg hat, dass es ein Buk ist, Und sie nichts mehr zu tun, damit, dass es, dass es, dass es, dass es, und er ist auf der Bühne, und sie nicht verabschiedet hat, in andere направленияen, in die in den nächsten Bereichen, auf die in den nächsten Tagen, in mindestens drei. Sie haben eine прямige Antwort, weil sie wissen, dass es, dass es möglich ist, und sie nicht auf die Anliegenheit zu verabschieden. Sie haben eine Zeit, sie wollten, dass diese Anliegenheit zu verabschieden. Sie haben eine Anliegenheit, die die Anliegenheit und die Anliegenheit zu verabschieden sind. Das, was Bukha nicht war, gibt es die Fakten und die Dokumentationen. Puhren sie, weil sie in den heutigen Räumen sehr plötig monitoriert sind. Alle, die nur in den Räumen sind, haben wir unsere противники. Und vor allem bei der поддержkenden Amerikaner, die allmögliche technische Technik und technische Technik für den Kontrollen. Und wenn der ganze Welt auf die Amerikaner arbeitet, verabschiedet auf unsere Position und unsere Positionen. Ich denke, dass man ohne dasselbezüge diese Technik wie Buh, die sehr gabarit ist und leicht обнаружiert wird. Wenn sie dnüge, wenn sie auf der Bühne beendet sind, nicht mehr und nicht mehr, wenn sie unterschiedliche Positionen übernommen sind, dann, ich bin увер, dass diese Technik muss und die Möte bedrohung werden. Wenn diese Dokumenten nicht und diese Beobachtungen nicht, dann können wir uns heute noch sprechen. Das ist gut. Es gibt uns bestimmte Vorteile. Wir können sie nur in dem Fall, wenn sie uns umgekehrt sind. Es ist nur in diesem Fall. Sollte ich, dass ein Kommandier, mit einem so starken Wettbewerb, wie Buk, er kann es umgekehrt sein, wenn sie uns umgekehrt sind, nicht umgekehrt sind.